So, Leute, da bin ich wieder. Ich hab den ganzen Scheiß nachgezogen und hab jetzt 20 HP mehr als vorher. So, und wir werden dabei, also mit den Leuten, wo ich jetzt aufnehme, ich werde auch nebenbei jetzt aufnehmen, äh, wir gehen dabei auf den PC rein und schauen uns mal da drin noch ein bisschen um. Hm. Werde ich ein paar Viren erledigen und du machst den lieben anderen Typen. Hm. Hm. Schatz, ich hab nur einen Blaster und einen Minivan. Hm. So weit durch, äh, fleißig Zennig sammeln und... Ja, das ist eigentlich auch gar nicht mehr schlecht. Erstmal Seitenklau. Ups, okay, das wird blöd. Oh, verdammt. Ah. So. Na, komm. Ich krieg den Deppen nicht zu fassen. Aber irgendwie war das... Du musst einfach in der Mitte stehen bleiben. Warten, bis er in die Mitte kommt. So wenigstens habe ich ihn immer gekriegt. Und dann im richtigen Moment abdrücken und dann hast du ihn mal endlich. Ich war jetzt leichter gesagt als getan, aber... Ich hab nur dieses kleine Mistvieh vor mir und, äh, besiegt, Gegner gelöscht. Und HP-Heilung. Ach, hab ich dich vorhin... Ach, hab ich dich vorhin unterschätzt. Ich dachte, Nevis von deinem Kaliber wären ausgestorben. Aber genug gespielt. Jetzt zeig ich dir meine wahre Stärke. Ach, tolles Timing vom Hauptquartier, mich jetzt abzuberufen. Was, der entfüllte Forscher aus dem Wissenslabor ist wach. Der entfüllte Forscher aus dem Wissenslabor? Das ist mein Dad! Ach, boah! Wohin habt ihr ihn verschleppt? Ach, du bist sein Sohn. Tja, so weit wirst du ihn wohl nicht wiedersehen. Wir, ähm, leihen ihn uns aus, bis unser Plan Früchte trägt. Hä, bis dann, Kleiner. So, er geht natürlich durch die Tür. Und die schließt sich vom Megaman wieder. Wenn er diese Tür aufgehen würde. Geht es denn nicht mit dem Megabuster? Die Tür wird von einer furchtbaren DK-Macht gehalten. Dagegen ist nur ein Megabuster vollkommen machtlos. Stimmt, Mist. Wir müssen uns was anderes ausdenken. Ja, immerhin wissen wir, dass ein Dad irgendwo festgehalten wird. Und, you've got Mayo. Aus dem Wissenslabor. Newsflash. Einbruch in das System des Wissenslabor. Angreifer müssen gestoppt werden, bevor sie das Wissenslabor ganz einnehmen. Wow. Könnten die Nebula dahinter stecken? Sie sind doch immer auf Ärger aus. Gehen wir, Megaman. Aber im Moment darf Mom nichts davon mitbekommen. Stimmt. Sie soll sich nichts mehr Sorgen machen. Wir brauchen eine gute Ausrede. So. Megaman ausgelockt. Hi, Leute. Da wären wir wieder. Ja, hi. Hi, Leute. Willkommen zurück. Und ich habe ein bisschen später auch noch... Oh, egal. Oh, fuck. Egal. So, da waren wir mit Mom. Und das ist der zweite Versuch? Oder dritte? Ja, heute der zweite Versuch. Weil irgendwie, keine Ahnung, Skype mochte uns nicht. Wir durften nicht telefonieren. Ja. Du musst es suchen. Du musst es ein Beispiel ruhig angehen lernen. Mir geht's gut, Mom. Ähm, Mom? Dex hat mich zum Spielen eingeladen. Darf ich gehen? Aber du musst mir etwas versprechen. Dass du nirgendwo hingehst, wo Dildos verkauft werden. Na klar. Sorry. Wiedersehen. Aufland. So, Mom, wir haben jetzt mal ganz krass besogen. Und jetzt bleiben die Hundehunde... Nein, nein, nein. Die Hundehunde muss ich gar nicht. Das habe ich gerade nachgesehen. Ähm, muss ich gar nicht. Okay, klar. Ja. Wieder raus. Jetzt gehen wir aber zur... Zum Eingang von der Bahn. Und da steht Meilu. Len, Gott sei Dank bist du wieder da. Meilu, was machst du hier? Wenn ich drin bleibe, werde ich immer trauriger. Ich musste mal raus, um mich etwas abzudenken. Nur für den Fall, dass da etwas passiert. Möchte ich dir das ergeben, Len, als Glücksbringer. Len, Herr, Battleship, Roll, R. Ja, jetzt haben wir Roll als Battleship behalten. Oh, und das auch, ja. Und wir erhalten ihren Homepage-Code. Und jetzt können wir von der ACDC-Zone 1 ganz locker auf ihre Homepage gehen. Das kann sein. Gut, ich bin in die Bahn rein und bist glaube ich ausgewählt und los. Ah, du bist schon wieder vorne. Warte auf mich. Okay, Moment, jetzt muss ich aber was holen zuerst. Und zwar dieses Extra-Leben hier. Irgendwo war das hier. Moment, die Statue war's nicht. Mh, doch, doch, doch. Das ist ganz rechts, was, gell? Ganz links, eine der hinteren Rest-Statuen im Wittelslabor. Da kann man sich einloggen, das mache ich jetzt auch. Also ich habe mich in der ganz rechten reingloppt. So, ich schaue mich mal hier rum, ob ich hier was finde. Gegner finde, ja. Perfekt, ich nehme mich auch. Zwei Viruse. Wir haben Burst Power Up, P-Energy Bomb und wir haben eigentlich die gesamte Reihe Vollbau und Boost Up. Wir können das machen. Oh, das war mal Buster und schon in die Gegnerlinie. Fakt. Das war total mal Buster. Lade, du gehst, Land. Wow, Lash Level 9. Habt ihr das gedacht? So, Counter ist. Dreck, da ist auch nichts. Geht in die Mitte, da ist nichts. Oh, shit. Hab ich denn gerade in der Fischung leergeräumt? Wie viel Leben hast du? Äh, 140. Wie, du hast 140? 140. Alter, ich habe 120. Echt? Na, dann musst du, glaube ich, einmal entweder auf den Homepages von Lans Freunden gucken oder guck dich im Business-Labor einfach mal ein bisschen um. Drinnen gibt es ja auch noch einen Computer, der funktioniert. Ich bin jetzt reingegangen, verdammt. Nein. So. Das ist anscheinend auch nichts. Moment, der ganz linke? Nein, nein, der ganz rechte, der ganz rechte. Okay, da habe ich schon anscheinend das abgestoppt. Gut. Gehst du rein? Ja, ja, bin dran. Alles ruhig. Wir sind erledigt! Wir sind erledigt! Wir sind erledigt! Die Steuerung des Hauptsystems ist ausgefallen! Und was jetzt? Eis essen! Naja, die Tür öffnen, in der du eigentlich durchgegangen bist, einfach ohne, dass die Tür sich öffnet. Ja. Das Hauptsystem ist da die Treppe hoch. Wenn es stimmt, was der Typ gesagt hat, sieht es müde raus. Gehen, Winniger Mann! Okay. Okay. Okay! Wie oft habe ich dir gesagt, die Klappe zu halten, wenn ich mich einlogge? Lärm mit dem Arsch! Das ist mein Satz! Und ich werde teilen zu! Lärm sagt das aber, es ist nicht dein Satz! Na egal, ich habe Gegner. Ja, was hast du für Gegner? Paui. Zweimal. 3 Kanonen. Hier kommt Slavo! Au! Ha! Ha! 50 Cent. So! Da rechts. Links oben ist nichts. Und rechts ist Mega Man! Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? In Mega Man kriegt man sau wenig Kohle! Jupp! Erst wenn man sowas um die 2 Stunden spielt, hat man sowas um die 4.500 Senktes gesammelt. Ja, das ist nicht grad unnummern! Das ist nicht die Welt! Ich hab mich vergessen, auf... ...beschäftig zu stehen! Wieso, wurdest du angeschrieben? Ja! Ich nicht! Ich bin auch noch online. Okay, in dem Terminal ist überhaupt nichts. Das hab ich auch schon geholt. War ich auch schon bei dem Mülleimer? Guck mal. Der Mülleimer, in den man sich reinlegen kann. Es wird auch schon ein gewöhnlicher Mülleimer, aber... Es ist ein normaler Mülleimer. Wow! Mh... Mh... Musst du schon aus dem Terminal raus? Noch nichts! Im Cent hab ich ja auch schon abgeschrieben. Moment, hier stehen zwei Typen. Was ist das denn dein Typen? Hm... Die sagen mir nur Crap. Egal. Zwei Typen im Terminal. Ah, kann ich mich ins Telefon einloggen? Nein! Kann ich mich... ...hier einloggen? Es ist lockt. Ja. Ich brauch eine Karte. Wow. Habe ich im Mistkübel schon reingeschaut? Ja, in den Mülleimer haben wir schon reingeschaut. Jetzt geh ich endlich in dein... ... das blöde Labor-Ding. Das Laborchen. Ja. Und... So, und jetzt klicken wir einfach mal... ... bisschen rum. Warte mal. Man kann sich in Fahrerskizieren locken. So, ich hab's. Let's see. There is a stat... Ah, der sei die. Ah, ja. Ich guck mir jetzt in seinem Rechner um. Weil ich's kann. Okay, und du liest das dann einfach vor, weil du hast es ja auf Deutsch. Ach, komm. Der Teil für die ich Dietrich brauche. Ich dreh mich gerade um. Vierchen. Vierchen. Let's bust some viruses. This is a secret. Watch out. Ah, Synchronisation. Synchronisation. Jetzt? Ja, kannst du synchronisieren. Synchronisieren. Ja... Man ist synchronisiert, wenn man einen Gegner trifft, während er angreift. Also... Ach so, meinst du das? Ja, okay. So, du stirbst. Du stirbst. Äh... Du stirbst. Du stirbst. Und du stirbst. Indem ich dich jetzt ganz übel wegbürste mit einer Kanone. Nimm das Virus. Du hast mir 10 Punkte Schade gemacht. Du bist jetzt Stern. Du bist gestern. Du bist gestern. Mega Man. Power Program. Red Up 2. Ja... Guck mal weiter. Oh, da ist ja schon... Das Ding, was Sonic getötet hat. Hä, was ich getötet hab? Was dich getötet hat. Boah! Ich wurde genug! Du bist in der ZWC und findest gerade DAS. Ja. Oh, fuck. Das ist doch fail. Boah. Sag mal hier. Das ist für mich eine Leichtigkeit, weil ich alles unter der Patrolle habe. Doch. Guck mal. 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 Wie ist der Zahl? Eine Ich will mich in den Kaffee eindoggen. Ich will dich ein in den Kaffee. Ja, ich will dich in den Kaffee eindoggen. Ah, endlich! Mal sehen, ah, da ist sie. Dad's ID erhalten. Gut, mit Dad's ID kommen wir alle in gesicherte Bereiche des Wissenslabors. Jep, damit sollten wir die Tür aufkriegen. Jep, dann mal los, Lan. Alles klar, Megaman. You spin me right round, baby, right round. So, jetzt gehen wir da rein. Ja, jetzt gehe ich erstmal aus dem blühen Toro raus. Und jetzt ist diese geile Tür. Dad's ID benutzt. Jetzt stehen wir in einem Raum, der total leer ist. Okay, da ist das Hauptsystem. Aber warum ist hier keiner? Stimmt, das ist merkwürdig. Egal, wir müssen die anderen Wege finden. Dann lock mich jetzt auf das Thema ein. Ja, das ist gut. Das ist genial. Egal, meine Gott. Das ist so genial, dass ich mein Deck jetzt ändern werde. Ah, keine schlechte Idee, das habe ich auch noch nicht gemacht. Oh Gott, Moment, kommt jetzt der Part nicht so mal viel lassen. Crack aus, kann ich aushauen, gegen Crack. 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 Jo. Ähm. Barrier. Barrier. Bleib. Ähm. Okay. Annibells. L. Raus gegen Roll. Ähm. Volcano. Airshots. Bombe. Also Kanone. Wir haben einen Spreader. Die gegen Airshots. Ich glaube, ich habe ja keinen Spreader eingesammelt. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Crack out. Energy Bomb raus, weil die ist wirklich gestrich, finde ich. Also das ist nicht toll. Ähm. Also der erste habe ich keinen wie... Guard kann mich auch reinhauen, theoretisch, aber Kanone will ich noch haben. Wobei... Mark Cannon. Guard? Ah, habe ich elf Mal, Mann! Gut, dann gebe ich einmal einen Airshot raus und haue mir... Kanonen ran. Normale. Zweimal A. Die Musik macht so richtig schön... Pookie. Wobei Quake ist ja eigentlich nichts anderes als ähm... Minibells. Ja, nur doppelt so stark und zerstört den Boden. Gut, ich wäre so weiß. Können wir dann? Ja! Airshot rein, noch und einmal noch. Ja! Ja! Ja.